Unter dem Begriff geschlechtergerechte Sprache wird ein Sprachgebrauch verstanden, der darauf zielt, die Gleichstellung der Geschlechter zum Ausdruck zu bringen. Ebenfalls hinzugezählt werden die selteneren Vorschläge zur Veränderung des Sprachsystems in Vokabular, Orthographie oder sogar Grammatik. Als Gendering oder Gendern wird es bezeichnet, wenn ein Text nach den Richtlinien geschlechtergerechten Formulierens erstellt wird. In der geschlechtergerechten Sprache werden im Wesentlichen zwei Wege eingeschlagen. Der erste macht das Geschlecht sichtbar. Gelegentlich werden zur Vermeidung des mehrdeutigen Geschlechtsbegriffes auch die Termini sexusgerechte oder gendergerechte Sprache verwendet. Synonym verwendet werden auch die Begriffe geschlechterfaire und geschlechtersensible Sprache sowie nicht sexistische Sprache. Die Begriffe wurden insbesondere durch die feministische Linguistik popularisiert und mit entsprechenden Vorschlägen untermauert. Die einflussreichsten Vertreterinnen im deutschen Sprachraum sind seit den 1970er Jahren Luise F. Pusch und Senta Trümel Plötz, die mit Marles Hellinger und Ingrid Günther Roth in den frühen 1980ern Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs veröffentlichten. Im Rahmen des fortwährend stattfindenden Sprachwandels des Deutschen fand die geschlechtergerechtere Sprache in den letzten Jahrzehnten. Verbreitung Auch wenn viele Punkte der durchaus heterogenen feministischen Sprachkritik weiter bestehen. Prämissen Eine Grundthese der feministischen Sprachkritik besagt, dass die Vormachtstellung des Mannes in der Gesellschaft auch in Struktur und Vokabular einer Sprache zum Ausdruck komme. Im Verhältnis von Mann und Frau beobachten feministische Sprachforscher eine fundamentale Asymmetrie und bezeichnen die deutsche Sprache daher in ihrer Struktur und ihrem Lexikon als sexistisch und androzentrisch. Diese männliche Dominanz in der Sprache wiederum festige die nachgeordnete Stellung der Frau. Eine Modifikation der Sprache wird daher für notwendig erachtet, um auf dem Weg eines sprachlich ausgelösten Bewusstseinswandels die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft voranzubringen. V. G. L. Sapir-Wauf-Hypothese Hierbei geht es vor allem auch darum, Frauen in der Sprache sichtbar zu machen und ihnen so zu angemessener Repräsentanz in der verbalen Kommunikation zu verhelfen. Strategien der geschlechtergerechten Sprache Substantive mit maskulinem Genuss Die im Singular zur Bezeichnung eines Mannes oder einer Person unbekannten Geschlechts und mitunter einer Frau, im Plural zur Bezeichnung geschlechtlich beliebig zusammengesetzter, vor allem aber gemischter und rein männlicher Gruppen dienen sollen. Wobei eine Durchmovierung markierte, die h. mittels des Morphemes in abgeleitete Form existiert, die explizit nur eine Frau bzw. eine Gruppe von Frauen denotiert. Es gibt in der deutschen Sprache zwar auch Wörter im generischen Femininum und generischen Neutrum, aber das generische Maskulinum überwiegt in Anzahl und Frequenz stark. Diese Asymmetrie soll eine geschlechtergerechte Sprache vermeiden oder abschaffen. Eine sprachliche Gleichstellung der Geschlechter könne entweder durch Sichtbarmachung oder durch Neutralisierung erreicht werden. Bei der Sichtbarmachung oder Splitting-Methode werden stets männliche und weibliche Personenbezeichnungen zusammen und gegebenenfalls in wechselnder Reihenfolge verwendet. Dies ist vor allem bei getrennten Lexemen die bevorzugte Methode. Die in manchen Sprachen bereits natürlich vorhandene Neutralisierung wird durch die Wahl oder Schaffung von Wörtern erreicht, die nicht mit der Bezeichnung für ein Geschlecht identisch und insofern neutral im engeren Sinne des Wortes sind. Hier werden also beide Geschlechter unsichtbar gemacht. In der Pionierzeit der feministischen Linguistik wurde noch nicht der empirisch überprüfbaren Frage nachgegangen, ob Frauen sich durch das generische Maskulinum wirklich nicht mit gemeint fühlen, sondern dies wurde als Grundannahme postuliert. In psycho- und soziolinguistischen Experimenten wurde später mehrfach nachgewiesen, dass Leser und Hörer weitgehend unabhängig vom eigenen Geschlecht bei einem maskulinen Wortstimulus prototypisch an einen Mann und nicht an einen geschlechtsunbestimmten Menschen denken. Allerdings tritt der Effekt auch, wenn gleich weniger stark bei einem neutralen oder fast neutralen Stimulus auf. Dies spricht dafür, dass der kritisierte Sexismus im Sprachgebrauch nicht oder zumindest nicht hauptsächlich im Sprachsystem begründet ist, sondern in der Erfahrung und Annahme der gesellschaftlichen Realität liegt die H. Es ist eher ein soziologisches als ein linguistisches Phänomen. Bei der expliziten Beidnennung sowie bei getrennten Lexemen verschwindet der Bias. Allerdings gilt dies nicht oder nur eingeschränkt für Kurzformen aller Art. Mediziner unter Strich in Mediziner. Bei Anwalt Anwältin möge die vollständige Paarform verwendet werden. Das geschriebene Binneni und die ausgesprochene Verkürzung können jedoch zu einem weiblichen Bias führen. Die Linguistin Gisela Klandelius legt dar, dass die Studien zum generischen Maskulinum insgesamt in ihren Ergebnissen darauf hinweisen, dass das generische Maskulinum als männlich gedeutet wird, wobei der Grund für diese tendenziell geschlechtsspezifische Interpretation des generischen Maskulinums bisher nicht eindeutig bekannt sei und dass, nicht sicher behauptet werden könne, dass diese Studien, die fast ausschließlich mit studentischen Probanden durchgeführt worden seien, auf andere Gruppen generalisierbar seien. Studien, die an anderen Probanden durchgeführt wurden, kamen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass das generische Maskulinum nicht als generisch bzw. geschlechtsneutral, sondern eher als geschlechtsspezifisch männlich verstanden wird. V.G. Elle Generisches Maskulinum Hashtag geringerer gedanklicher Einbezug von Frauen Linguisten wie Hartwig Calver Kemper werfen der feministischen Linguistik vor, nicht sauber zwischen Zeichen und Bezeichnetem sowie zwischen dem Genuss von Wörtern und dem Sexus von Menschen zu unterscheiden. In der Sprachwissenschaft ist umstritten, in welchem Zusammenhang Genuss und Sexus stehen. Es zeigt sich bei bestimmten Begriffen ein eher lockerer oder kein Zusammenhang, bei anderen ist er sehr. Die Sichtbarmachung bemüht sich alle gemeinten Geschlechter erkennbar zu machen. Dazu wird häufig für jedes Geschlecht eine Bezeichnung angegeben und mit und bzw. oder verknüpft. Für weibliche Begriffe sind dafür oft feminine Suffixe notwendig, für männliche sind entsprechende maskuline Suffixe selten. Im Schriftgebrauch haben sich verschiedene Kürzungstechniken eingebürgert. Am wenigsten Probleme ergeben sich mit solchen Sparschreibungen im Plural, besonders bei Nomina Agencia auf Plus R, die für die maskuline Grundform stets einen Null Plural verwenden. Bei der Verwendung solcher Schreibungen sollte trotzdem auf die grammatikalische Korrektheit geachtet werden. So ist orthografisch BSPW, Pädagoge in der Form Pädagogin vorzuziehen. Der Leitfaden der Schweizerischen Bundeskanzlei hält die Einklammerung der weiblichen Endung Z. B. Lehrer nicht für eine adäquate Lösung, weil in Klammern üblicherweise stehe, was für das unmittelbare Verständnis nicht notwendig ist und deshalb überlesen werden könne. Außerdem seien Personenreferenzen mit grafischen Zeichen für fortlaufende Texte weniger geeignet als für verknappte Textpassagen. Unvollständige Sätze und informelle Texte Selbst dort, wo Substantive eine Kurzschreibung gut zulassen, können sie zu Problemen führen. Denn die Artikel oder Pronomen vor maskulinen und femininen Substantiven im Singular unterscheiden sich in ihrer Flexionsendung in allen Fällen. Die optional dazwischen stehenden Adjektive weisen hingegen mitunter dieselbe Endung auf Z. B. Der, die zuständige Angestellte. Mit stark flektierten Adjektiven stehen Personenbezeichnungen fast nur im Plural Z. B. Zuständige SachbearbeiterInnen. Für Personalpronomen gilt ähnliches wie für die anderen Pronomen. Nur im Genitiv weichen sie ab, indem sie zwar in beiden Geschlechtern die Endung R aufweisen, aber unterschiedliche Stämme, einige Lexeme und Ableitungsmorpheme lassen die übliche Movierung mit in Nichts oder bieten Alternativen dazu an. Bei der alternierenden Form kann Satz, Absatz oder Kapitelweise zwischen der weiblichen und männlichen Form gewechselt werden. Da durch den konsequenten Ersatz des generischen Maskulinums durch die Beidnennung die Lesbarkeit von Texten abnehmen kann, wird häufig stattdessen sprachliche Kreativität mit geschickteren Formulierungen empfohlen. Es gibt Handreichungen, die viele Beispiele für geschlechtsneutrale Formulierungen beinhalten, wie Z. B. Eine Broschüre vom Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes Schleswig-Holstein. Bei der Neutralisierung wird jeder Hinweis auf das Geschlecht entfernt. Geschlechtsneutrale Ersatzwörter können auf verschiedene Arten gebildet werden. Ungewohnte und wenig verbreitete Bildungen aus Partizipien wie zu Fußgehende sind laut dem Leitfaden der Schweizerischen Bundeskanzlei zu vermeiden. Das Entsexualisieren der Sprache steht nicht nur im Dienst der Lesbarkeit. Das dahinterliegende Anliegen ist auch nicht die Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu betonen, sondern diese zu überwinden. Weitere Merkmale Als sexistisch wird in den Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs nicht nur die Verwendung des generischen Maskulinums bewertet. Merkmal des sexistischen Sprachgebrauchs ist demnach auch die Erstnennung des Mannes in paar Bezeichnungen wie Adam und Eva, Romeo und Julia oder Herr und Frau Meier aber auch in beiden Nennungen wie Lehrer oder Lehrerin oder Ärzte und Ärztinnen. In der direkten Anrede Meine Damen und Herren ist die umgekehrte Reihenfolge geläufig. Politiker sprechen BürgerInnen an Sprachen zunehmend als Liebe Bürgerinnen und Bürger an und ihre Parteifreunde bei Versammlungen je nach Partei als Liebe Genossen und Genossen, Liebe Freundinnen und Freunde oder Liebe KameradInnen und Kameraden. Zu einer geschlechtergerechten Sprache gehört entsprechend, dass die Reihenfolge ungefähr gleich verteilt abwechselnd verwendet wird. Früher sprachlich gängige Unterordnungen der Frau als Anhängsel eines Mannes. B. Kaiserin Friedrich, Herr Meier und Gattin, Familie Hans Meier, Ehepaar Hans Meier, Zehn Manager, darunter zwei Frauen, werden zunehmend vermieden. Eine weitere Forderung betrifft das respektvolle Sprechen über Frauen, insbesondere die Vermeidung abwertender Begriffe. Zwar gibt es auch für Männer Bezeichnungen mit negativer Konnotation, aber eine These der feministischen Linguistik ist, dass diese in Anzahl und Verwendung viel geringer sind. Außerdem betrifft die Pejoration sowie die Euphemismus Tretmühle er gesellschaftlich schwache Gruppen und damit zumindest in der Vergangenheit er weibliche als männliche Bezeichnungen. Ein Resultat daraus sind einige sprachliche Asymmetrien, die in einer geschlechtergerechten Sprache beseitigt werden sollten. So wurde im Deutschen bis in die jüngere Vergangenheit zwischen Frau und Fräulein differenziert, während es etwas Ähnliches für Mann oder Herr nicht gibt. Neben dieser Nicht-Existenz eines männlichen Äquivalents, das auch Jungfrau betrifft, verhalten sich auch die paarigen Lexeme asymmetrisch. Gegen diese Grundopposition spricht für sich allein genommen nichts. Lediglich in Kombination mit den folgenden Begriffspaaren kann sie problematisch sein. Wie die meisten Maskuliner ist auch Mann prinzipiell durch das Affix in zu einer weiblichen Bezeichnung movierbar. Dies geschieht vor allem für Kompositor wie Hauptmann, Hauptmännen, wo andere Varianten wie Hauptfrau semantisch bereits abweichend besetzt sind. Dies stärkt die prototypische Assoziation von Mann mit Mensch, zumal die Wörter etymologisch eng verwandt sind und erklärt, warum es kein weibliches Padat zu Mannschaft gibt. Mann, Weib bzw. Obwohl das Substantiv Weib im zeitgenössischen Sprachgebrauch nur noch pejorativ verwendet werden kann, fehlt diese Konnotation beim abgeleiteten Adjektiv, das statt »fraulich« oder »sternchenfräulich« verwendet wird. Dieses Begriff spart ihn der höflichen oder der unterordnenden Bezeichnung insbesondere in der unpersönlichen Anrede. Es könnte zwar aus gesellschaftskritischer Sicht bemängelt werden, da es hierarchische soziale Rollen abbildet, aber für sich genommen wäre es aus feministischer Sicht unproblematisch, da sich beide Lexeme vom Grundpaar Mann-Frau unterscheiden. Allerdings wird mitunter die volksetymologische Beziehung zu den nur scheinbar Verwandten stark wertenden Adjektiven herrlich und dämlich problematisiert. Auch dieses Maskulinum kann anders als etwa die Verwandtschaftsbezeichnungen Bruder-Vater-Onkel moviert werden und ist dann ausschließlich für hierarchische Beziehungen geeignet. In der persönlichen Anrede gegebenenfalls ergänzt um den Namen wird eine Mischung aus den bisher genannten Paaren verwendet. Dies wird teilweise als problematisch angesehen, weil Herr eine deutlich stärkere sozial-hierarchische Komponente besitzt. Als formale diminutive Frauchen und Herr Chen im Sinne von Besitzer von Haustieren sind die Lexeme gleichwertig. In einigen paarigen Fügungen ist auch Kerl für die männliche Form gebräuchlich zb, Teufelsgeld, Teufelsweib. Im Unterschied zu Herr und Mann wird Kerl nie zu Sternchenkerlin moviert. Weder Herrlein noch Männlein ist antonym zu Fräulein, das sowohl als Anrede als auch als Bezeichnung bis ins späte 20. Jahrhundert gebräuchlich war. Im Sinne von Figur tritt Weibchen nicht paarig zu Männchen auf und auch Frauchen kann so nicht verwendet werden. Gelegentlich tritt ungewöhnlicherweise das phonologisch verwandte Mädchen als Alternative auf. In einigen Komposita wie Blaumann, die Unbelebtes bezeichnen, kann man durch kein weibliches Lexem substituiert werden. Einige Komposita, BSPW, Jungfrau und Putzfrau sind so stark weiblich besetzt, dass sich bisher kein männliches Pada entwickelt oder erhalten hat. Stattdessen kann Jungfrau auch für Männer mit einem bestimmten Sternzeichen oder ohne sexuelle Erfahrung verwendet werden. Das generalisierende Personalpronomen Mann ist zwar etymologisch enger mit Mensch als mit Mann verwandt, aber da es wie Mann ausgesprochen wird, steht es ebenfalls in der Kritik und zum Teil werden parallel gebildete oder umgeformte Neologismen verwendet. Das deutsche System der Possessiv- und Personalpronomen kennt die Geschlechtsunterscheidung nur in der dritten Person Singular. Während andere Sprachen auch im Plural oder in der ersten oder zweiten Person unterscheiden manche aber auch gar nicht. Es gab verschiedene Vorschläge für neu einzuführende Pronomen. Für die generelle Verwendung der neutralen Pronomen oder für die Verwendung des geschlechtslosen Plurals auch für den Singular. Allerdings entsprechen im Deutschen einige Formen des Neutrumpronomens dem Maskulinum und der Plural der dritten Person gleich dem Feminin, Singular. In der Praxis sind jedoch Beidnennungen um Formulierungen sowie die generische Verwendung des Maskulinums üblich. Ähnliches gilt für Relativpronomen und Attribute, die die Flexionsform des Substantivs auf das sie sich beziehen übernehmen, zumal sich die Endungen ähneln. Akzeptanz geschlechtergerechter Sprache Eichhoff, Cyrus und Dietrich untersuchten 1997 in einer repräsentativen Meinungsumfrage die Akzeptanz für bestimmte Formen von Formulierungen in Gesetzestexten. Dabei stellten sie fest, dass 42% der über 700 befragten neutrale Formulierungen, 37% die Beidnennung und 19% das generische Maskulinum präferierten. Auf Initiative der österreichischen Regierung sollte 2005 die Hymne Österreichs geändert werden und im Littstadt Heimat bist du großer Söhne und Vaterland durch Heimat großer Töchter, Söhne und Heimatland ausgetauscht werden. Eine Umfrage des österreichischen Meinungsforschungsinstituts OGM, die 2005 im Auftrag der Tageszeitung Kurier durchgeführt wurde, ergab, dass 70% der Bevölkerung eine Änderung in der österreichischen Bundeshymne ablehnten. Im November 2011 schließlich wurde die Änderung der österreichischen Bundeshymne dennoch vom Parlament beschlossen. Im Kontext von Rechtstexten untersuchten auch Steiger und Irmen 2007 die Akzeptanz für generisch-maskuline, geschlechterindifferente sowie Beidnennungen. Die Ergebnisse zeigen eine breite Akzeptanz geschlechterindifferenter Bezeichnungsformen, die als geschlechtergerechter als die beiden anderen Alternativen beurteilt wurden. 2011 wurde die Studie von Steiger und Irmen an drei Gruppen von Probanden wiederholt, Juristen, Personen über 60 Jahre und Menschen ohne einen akademischen Hintergrund. Das Ergebnis der Studie aus dem Jahr 2007 wurde bestätigt. Die teilnehmenden Personen zeigten eine große Akzeptanz für geschlechtsneutrale Bezeichnungen. Eine englischsprachige Untersuchung ergab, dass die gute Akzeptanz für geschlechtergerechte Sprache die Einschätzung von Personen, die geschlechtergerechte Formulierungen verwenden, positiv beeinflusst. Die Versuchsteilnehmenden lasen Transkripte einer Beratungssitzung, in der Berater entweder das generische HE oder die inklusive Formulierung SHE oder HE verwendeten. Die teilnehmenden schätzen die Berater, die geschlechtergerechte Formen nutzen, als weniger sexistisch ein und zeigten mehr Bereitschaft, diese Berater aufzusuchen. In einem offenen Brief an die österreichische Bildungs- und Frauenministerin sowie den österreichischen Wissenschaftsminister haben im Juli 2014 rund 800 Personen, darunter Universitätsprofessoren, Lehrer sowie Journalisten Kritik an der gendersensiblen Sprache geübt. Die Unterzeichner, darunter auch der deutsche Publizist Bastian Sick, fordern den Rückkehr zur sprachlichen Normalität und fordern die Minister auf dem Wildwuchs durch das sprachliche Gendern Einhalt zu gebieten. Laut einer vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research 2014 durchgeführten Umfrage für das Nachrichtenmagazin Profil sprechen sich 55% der österreichischen Bevölkerung für eine geschlechtergerechte Sprache aus. 40% sind dagegen Verständlichkeit geschlechtergerechter Sprache. Gegen geschlechtergerechte Alternativen zum generischen Maskulinum wird häufig eingewandt, dass sie die Qualität und die kognitive Verarbeitung von Texten beeinträchtigte. In einigen sozial- und sprachwissenschaftlichen Studien wurden Akzeptanz und Verständlichkeit geschlechtergerechter Sprache untersucht. Die subjektive Beurteilung der Verständlichkeit geschlechtergerechter Sprachformen kann bei allen Studien als hoch beurteilt werden. Rotmund und Christmann fanden keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der subjektiven Verständlichkeit der verschiedenen Sprachformen. Um diese Frage empirisch zu untersuchen wurde in einer Studie von Braunerl aus dem Jahr 2007 überprüft, wie gut die Versuchsteilnehmenden die Inhalte eines Textes verarbeiteten und reproduzierten. Der hinsichtlich der Form der Personenbezeichnung, generisches Maskulinum, Beidnennung mit Neutralisierung, Binneni variierte. Darüber hinaus bewerteten die Versuchspersonen den Text im Hinblick auf verschiedene Merkmale der Textqualität. Hinsichtlich des Kriteriums der Verarbeitung und der Erinnerung gab es keine Unterschiede. Weibliche und männliche Teilnehmende zeigten bei allen drei Sprachformen eine ähnlich gute Verarbeitungs- und Erinnerungsleistung. Laut den Autoren dieser Studie belegen die Ergebnisse insgesamt, dass geschlechtergerechte Texte ähnlich erfolgreich verarbeitet werden können wie Texte mit generisch-maskulinen Bezeichnungen. Gesetzeslage Für den Sprachgebrauch im öffentlichen Dienst und im Schuldienst ist die Verwendung geschlechtsneutraler Formen in einigen deutschen Bundesländern vorgeschrieben. Gemäß Europarecht müssen Stellenanzeigen geschlechtsneutral formuliert sein. Dabei wird in Langfassungen von Splitting-Formen zumeist die weibliche Form zuerst angegeben. Neben Personalpronomen und Personenbezeichnungen werden auch die deklinierten Adjektive und Artikel gelegentlich doppelgeschlechtlich angeführt. Europäische Gleichbehandlungsgesetze wie zum Beispiel das Deutsche Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz folgen einer EU-Richtlinie und schreiben die Berufsbezeichnungen in Stelleninseraten geschlechtsneutral vor. Vor allem bei englischen Bezeichnungen wie Controller wird Controller verwendet, auch wenn bei hinreichender Eindeutschung die movierte Form Controller möglich wäre. Andere Sprachen In der französischen Sprache bestehen für einige Berufsbezeichnungen geschlechtsneutrale Substantive, sogenannte Epikennes, etwa L'Architecte, L'Apianist, L'E, La Secrete, R.U.S.W. Als neue geschlechtsneutrale Bezeichnungen kommen Bezeichnungen wie L'E, La Juge und L'E, La Ministre, R. hinzu. So löste etwa in der französischen Politik gegen Ende des 20. Jahrhunderts die Anrede Madame La Ministre, die zuvor verwendete Anrede Madame La Ministre, R. weitgehend ab. In Schweden gibt es offiziell neben den Wörtern für er und sie das neue geschlechtsneutrale persönliche Fürwort Henn. Henn kann z. b. eine transsexuelle Person mit neutraler Geschlechtsidentität beschreiben oder eine Person unbekannten oder unbestimmten Geschlechts. 2012 war Henn im Sprachgebrauch aufgetaucht und die schwedische Akademie nahm das Wort 2014 in ihre neue Wortliste auf. Im April 2015 fand Henn Aufnahme im offiziellen Wörterbuch der schwedischen Sprache. Ähnlich dem schwedischen Henn existiert in der isländischen Sprache das geschlechtsneutrale Pronomen Harn. Harn wird seit dem Frühjahrssemester 2016 an der Universität Island gelehrt. Im Englischen hat es sich teilweise eingebürgert. Bei unbestimmter singularer Verwendung das Pluralpersonalpronomen they als neutrale Alternative zu den geschlechtsbezogenen Pronomina he und she zu verwenden.